Was ist denn der Kohle-Sack eigentlich? In meinem Video vom 7. 13. 19. 2. Ich habe heute Eide gekauft für eine schöne Party gemacht, Leute. Und wir haben Eide gekauft. Einmal woher bin für morgen Mittag. Und hier ist eine leckerleckerleche gewurft. Von Lidl. Lidl ist sehr gut. Lidl lohnt sich. Geh doch mal weg mit meinem fetten Arsch. Ich habe eine fette Nachricht. Hier habe ich so gelbe Dinger. Das macht man mit einem Tequila zusammen. Ja, wenn Brötchen gekauft. Butterbrötchen. Lecker, lecker. Oh, lecker. Oh, wie gut. Da knabber ich am liebsten dran. Und was haben wir noch gekauft? Honig und Zimt. Ich muss kratzen. Oh, du hast eine Tomaten. Und die kommt mit dem Küchschrumpf. Nee, die kommt da rein. Oh, wie viel? Oh, das ist von mir. Oh, das ist von mir. Oh ja, das muss ich filmen. Oh ja, das muss ich filmen. Okay, weiter. Oh ja, das muss ich filmen. Oh ja, das muss ich filmen. Das nimmt mich dein mit rüber. Das ist meins. Echt? Das ist auch meins. Aua. Mann, ey. Olli, Schuhe aus. Aber zack. Da geht der wieder rüber. Dein Ernst? Ich brauche. Ich brauche auf. Was für Ruhe. Die kann man so stehen sein. Und dick. Und dick. So. Das kriegst du gern. Das hast du mir vergessen. Als alter Lagerist sieht man hier erstmal, wie man... Als alter Lagerist merke ich, wie die Lage ist. Das war unser Video zum heutigen Tag. 21. Winter. Mit Eise-Creme auf 3. Heute ist der 13. Winter. Jetzt ist der 18. Winter. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Und es war schön, mal wieder mit euch zu reden. Und tschüss. Tschüss.